Hi Freunde, willkommen, danke fürs Einschalten, Sonntag ist Safe Game Tag, also auch heute geht es weiter, nur dass ich heute ein bisschen später dran bin, weil ich erst jetzt, das ist 11.27 Uhr, gemerkt habe, dass um 12 Uhr eigentlich ein Video online gehen sollte und ich noch keines vorbereitet habe. Deswegen machen wir das heute ein bisschen am letzten Drücker und es wird ein bisschen verspätet rausgehen, sorry mal dafür. Ja, was habe ich mir für heute überlegt? Ich habe die Safe Games durchgesehen, die ich hier noch so auf Lager habe und habe mir gedacht, heute schauen wir nach Italien und zwar zu Cagliari Calcio. Das ist ein Klub, der schon bereits Erstligist ist, die immer wieder mal oben vorbeischauen, also in der oberen Tabellenhälfte, aber sonst eigentlich so ein Klub sind, klassisch für die untere Tabellenhälfte. Und der Patrick hat mir den Safe geschickt und ich lese euch gleich mal vor, was er geschrieben hat. Was auf jeden Fall bei diesem Safe anders ist, das dürfen wir nicht vergessen, ist, oftmals zeige ich irgendwelche Saves von irgendwelchen kleinen Ligen oder von irgendwelchen Drittligisten, die irgendwie nach oben geführt werden bis in die Champions League Calier ist. Und dieser Safe, was ich gesehen habe, ist ein recht realistischer Safe, weil es einfach ein Klub ist, der schon in der ersten Liga ist und der wurde schon langsam weiterentwickelt und ich glaube, dass auch die ganz großen Erfolge noch ausgeblieben sind, aber ich finde es einfach mal schön, über sowas drüber zu schauen. Und jetzt schauen wir, was der Patrick uns geschrieben hat. Patrick hat geschrieben, er hat sich für den Klub entschieden, weil Cagliari spielte seit dem Anfang 2000er in der Serie A. Da ich national wie auch international Fußball schaue, habe ich immer einen Blick auf die Sardinia gehabt. Genau, Cagliari ist die Hauptstadt der Insel Sardinien, das heißt, das bietet sich auch für die Local Challenge an, weil man versucht, Spieler nur aus einer bestimmten Gegend zu verpflichten. Da sind sie, glaube ich, die einzige Mannschaft aus der Serie A, also muss ich eine Insel vertreten. Dann, Ziel war es eigentlich, sich im Mittelfeld zu etablieren und ab und an international vorbeizuschauen, das hat er zu 100% übertroffen. Wie gut gelungen ist ihm, er wurde ein richtiger Ausbildungsverein für die Großen, konnte Spieler wie Trincao von Barca oder Gabia von Milan noch ziemlich lange halten per Laie. In Zukunft besser machen würde er gerne. Naja, ich habe mich dann zum Schluss des Spielstands gefragt, ob ich ihn nicht noch einen Schritt weitermachen könnte, aber vom Vorstand kam immer weniger Geld am Anfang der Saison, da wir ja nicht, da wir ja nicht trotz Champions League. Weiß nicht genau, was er meint. Naja, deswegen musste ich fast schon gezwungenermaßen meine Top-Leute verkaufen, konnte aber auch andererseits einige halten. Kurios in dem Safe Game, 2022-23 die Todesgruppe in der Champions League mit Bayern, Atletico Madrid und Salzburg. Und wie bereits im Vorjahr in der Euroleague an Arsenal gescheitert. In der Saison 24-25 Pokalfinal gegen Juve, 3-0 hinten, dann 4-3 geführt und am Ende noch 5-4 verloren. Ja, das ist natürlich brutal. Anmerkungen auf seine Einrichtungen ist er stolz. Er hat Spieler besser gemacht und ihren Markt hat fast verdreifacht. Zum Beispiel Gabriel Menino geholt für 15,5 aus Brasilien, jetzt 53 wert. Collado für 5 geholt, jetzt 43 wert und so weiter. Gut, schauen wir nach. Jetzt legen wir los. Also wir sehen, im ersten Jahr hat er es schon geschafft, sich international zu qualifizieren. Scheinbar hat er Kooperationen mit Inter und Juve. Das müssen wir uns dann anschauen. Finde ich immer spannend. Parma und Udinese abgestiegen, was ich persönlich wieder sehr schade finde, weil das eigentlich zwei Klubs sind, die am Ende der 90er oder Anfang der 2000er zum Teil im Spitzenfeld in Italien waren und immer wieder international gespielt haben. Hier wurde er dann Zweiter. Hier wieder Zweiter. Hier war er dann Siebter. Und hier Vierter. Das heißt, er war eigentlich immer international dabei, was auf jeden Fall sehr, sehr stark ist und sehr beeindruckend. Es hat auf jeden Fall für den ganz großen Titel in Italien noch nicht gereicht. Jetzt schauen wir dann gleich auf die restlichen Spiele. Aber ich möchte nur noch ganz kurz auf den Verein selber schauen. Auf die Einrichtungen ist er stolz. Hat er gemeint, ja. Kriegt auch ein neues Stadion, so wie es aussieht. Einrichtungen sehen auf jeden Fall gut aus. Also das ist wirklich ordentlich. Da ist er schön unterwegs. Partnervereine Inter tatsächlich. Und Juve. Juve besitzt sogar ein Vorkaufsrecht für Spieler. Dann hat er mit Ried aus der österreichischen Bundesliga noch eine Kooperation. Finde ich eigentlich auch ganz cool. Und jetzt schauen wir mal auf. Na, gehen wir mal auf den Terminplan zuerst. Schauen wir mal auf das erste Jahr. Da sehen wir im Pokal Spall rausgeworfen. Im Elfmeterschießen. Udinese rausgeworfen. Milan rausgeworfen. Also eigentlich hat er da schon ziemlich heftige Gegner, muss man sagen. Also zumindest Udinese und Milan Elim. Ja gut, Udinese ist im ersten Jahr abgestiegen. Aber eigentlich ein ganz guter Gegner. Da sehen wir, es hat an Napoli gescheitert. 1 zu 3 im Viertelfinale. Ja, darauf sehen wir eben dann Euroleague. Gegen Rotterstern Belgrad, Montpellier und Dynamo Kiew. Da lief es schon mal gut. Drei Siege. Also da dürfte er weitergekommen sein. Dafür war im Pokal gegen Bologna Schluss. Die Eintracht. 1 zu 2 Gesamtscore rausgeworfen. Dann Arsenal zu Hause noch besiegt. Da wird er sich wahrscheinlich dann sogar Chancen ausgerechnet haben. Ging dann aber auswärts 0 zu 5 unter. Und dann sehen wir diese Todesgruppe. Atletico Madrid, Salzburg und die Bayern. Da sehen wir Salzburg hat er besiegt. Unentschieden gegen Atletico. Sieg gegen die Bayern. Sieg gegen Salzburg. Und wieder eine Niederlage gegen Atletico. Das heißt, da ging es in der Champions League sogar weiter. Platz 2 hat er glaube ich geschrieben. Nicht schlecht. Dafür im ersten Pokalrunde ausgeflogen. Wir sehen, da war dann, wie er geschrieben hat, auch wieder gegen Arsenal Schluss. Es kamts Score 0 zu 3. Also da ging er auch auswärts dann wieder unter. Dann sehen wir hier Champions League, Celtic-Class-Gruppe in Fika-Lissabon und Tottenham. Das ist irgendwie eine ganz coole Gruppe, weil es ganz coole, attraktive Gegner sind. Aber eigentlich auch gar nicht so stark. Das heißt, da kann man sich auch wieder Chancen ausrechnen. Inter im Viertelfinale des Pokals rausgeworfen. Atalanta Bergamo im Halbfinale eliminiert. Da ging es gegen Slavia Prag, ging es in der Euroleague weiter. Da war dann gegen Monaco Schluss. Dafür hat er sich den Pokal dann 3 zu 2 Gesamtscore, äh 3 zu 2 nach Verlängerung geholt. Dann sehen wir Euroleague. Viktoria Pilsen. Alter Schwede, was ist denn das für eine Euroleague-Gruppe? 5 zu 0, 6 zu 0, 12 zu 0 gegen Hammerby. Siehmeins dann auch noch im Rückspiel. Gesamtscore 19 zu 1 gegen die Schweden. Brutal. Also in der Euroleague hat er ja gar keine Probleme. Den Superpokal hat er sich geholt. Da hat er aufgrund der Aussatz zur Regel Milan eliminiert. Hat dann Ajax aus der Euroleague geworfen. Da war dann im Viertelfinale der Euroleague im Valencia Schluss. Und da sehen wir dieses verrückte Pokalfinale. Wir sehen, dass er hier eben tatsächlich 3 zu 0 hinten war. Dann hat er das Spiel bis zur 87. gedreht. Kassiert aber in der 88. das Gegentor. Und in der 94. dann also in der Nachspielzeit das 5 zu 4. Wie bitter ist denn das? Ja, aber schöner safe jetzt schon, muss ich sagen. Jetzt schauen wir mal auf die Transfers, die er so getätigt hat. Also er hat eben gemeint, dass er vor allem zum Ausbildungsverein wurde. Man sieht auch, er hatte überall bis auf in diesem Jahr einen Transferplus. So, Adam Nagy hat er verpflichtet, den könnte man kennen in Ungar. Dann Fonseca, Matthias Fonseca von Inter geholt. Ganz interessant scheinbar. Da hat er Trinkau geholt. Also auf Leihbasis. Für 7 Millionen geliehen? Unglaublich, okay. Und er hat sich wirklich sensationell entwickelt. Schaut euch die Werte an. Wahnsinn. Also da hat er sich halt einfach von anderen Topklubs zum Teil Spieler geliehen. Dann ein bisschen was günstiges verpflichtet. Und einige Ablöse freie geholt im ersten Jahr, um einfach die Mannschaft zu verstärken. Verkauft hat er hier mehrere Spieler auf jeden Fall mit kleineren Summen. Ragnaclaman könnte man kennen. Likogianis könnte man kennen. Den hatten wir bei einem Let's Play. Und beim Malaga Let's Play war das. Und der ist eben bei Sturm Graz einige Jahre gewesen. Oder ein paar Jahre. Drei, glaube ich. Ungefähr. Griechischer Linksverteidiger, den ich immer ganz cool fand. Dann wen hat er hier für? Trossard. Den Belgier, den könnte man auch kennen. Mittlerweile in China mit 22 Millionen Marktwert. Dann Marien. Ein Rumäne. Auch mittlerweile in China. Asun Sao geholt. Mittlerweile bei Sevilla. Also da sehen wir schon. Ich glaube schon, dass es echt schwierig ist, diese Spieler dann auch zu halten. Aber da hat er sie richtig gut verstärkt, was man so sieht. Warum hat er so viel Geld gehabt? Er hat einen Andes verkauft. Am 11.08. für 38 Millionen. Und den mittlerweile zurückgeholt. Da habe ich die Werte an. Sensationell. Finde ich cool, so einen Spieler dann wieder zurückzuholen. Wenn sich das dann günstiger gibt, dann verstehe ich das auch voll. Das muss man machen, meiner Meinung nach. Ajo Mee, den könnte man auch kennen. Von Inter. Pina Monti ebenso. Zwei große Inter-Talente auf jeden Fall. Da haben wir wieder von Wolfsburg. So, von Cagliari. Aber jetzt zumindest keine ganz großen bekannten Namen dabei. Jetzt haben wir da so viel mit Laien gearbeitet. Da hat er viele Spieler sehr günstig verkauft. Wahrscheinlich, um sie einfach von der Gehaltsliste zu kriegen. Cato Azamoa anscheinend auch zu Beginn bei Cagliari. João Pedro könnte man auch kennen. Brasilianischer Spielmacher. So, dann hat er sich geholt. Mangala von Stuttgart. Mittlerweile bei Brighton. Super Werte. Dann sehen wir Nuri, Linksverteidiger. Auch 28 Millionen im Akt. Wird sich super entwickelt. Menino, Gabriel Menino. Wow. Toller Spieler. Also, er hat viel mit Südamerikanern gearbeitet. Dann haben wir hier den Alex Collato, den er sich geholt hat. Antonio Marin. Dinamo Zagreb zu Beginn noch. Ja. Hätte mir gedacht, dass sich der sogar noch stärker entwickelt. Er hat Zirkze von den Bayern geholt. Mittlerweile besser als Uolo. Dirk Popper könnte man auch kennen. Den haben wir auch irgendwann mal gescoutet. Im letzten Jahr, glaube ich, Tolga Aydin. Und sind da noch einige Ablösefreie dabei. Mene Saeed. Okay, das sind jetzt... Also, ich kenne da, glaube ich, niemanden mehr so wirklich. Oriol Busquetsa, das ist geliehen. Der ist mittlerweile bei Getafe. Der war im Malaga-Safe, glaube ich, ein bisschen stärker. William Saliba. Tolles Innenverteidiger-Talent bei Arsenal, glaube ich, zu Beginn. Jo. Ganz cooler Typ. Da hat er verkauft. Tossard. Also, da gingen die zwei zu Jean-Hai, die wir vorhin schon kurz angesehen haben. Augsburg. Ja, das ist auf jeden Fall das Jahr, wo er viel ausgegeben hat. Und dann sehen wir Ludwig Blas, könnte man natürlich kennen. Marc Roca. Dann Jorginho Rütter. Brenner, das ist auch ein ganz spannendes Talent. Also, der ist zu Beginn, glaube ich, auch noch in Brasilien. Da war er jetzt bei Flamengo. Sao Paulo und Cincinnati, dann lustig. Auf jeden Fall ein super Talent, dass man sich im FM immer wieder mal gönnen kann. Dann Enzo Milo, den haben wir im HSV Let's Play, glaube ich, gehabt. Entwickelt sich auch anscheinend sehr gut. Dann Manuel Torres. Sagt mir was, aber ich weiß gar nicht, woher. Marseille, stimmt. Dann. Hat er ein paar Ablöse freigeholt. Schaut gerade, ob ich den kenne. Daniel Rougani. Sehr erfahrener Mann, natürlich, den er sich da geangelt hat. Hannibal. Wow. Marco Di Palo. Okay, das Team ist nichts geworden. Darius sitzt, der sagt mir auch irgendwas. Ein Lette, okay. Ich hab' ich den mal mit Sturm gescoutet oder so. Schau, Pinto, junges Talent. Aber er hat auch viel gekauft, was nichts wurde. Dafür sehen wir hier ein Passer verkauft. Giovanni Simeone, auch der ist zu Beginn bei Cagliari. Der Sohn von Diego, oder? Naja, der ist von der Fiorentina zu Cagliari gegangen, das wusste ich gar nicht. Spannender Mann auf jeden Fall. Lukas Mekka hat er da verkauft. Den hat er sich zu Beginn ja auch irgendwo mal geholt, was wir so gesehen haben. Salvatore Esposito. Gutes italienisches Talent scheinbar zu Beginn. Manuel Akanji hat er sich geholt. Der ist jetzt aktuell bei ihm im Konkur, hat er sich geholt. Das heißt, da sind schon ganz interessante Transfers dabei. Der Kader hat sich zwar immer wieder komplett umgebaut. Aber das liegt halt auch daran, dass es wahrscheinlich sehr schwierig war, Spieler zu halten. Und er hat dann eben auch immer wieder mal umbauen müssen. Renato Sanchez. Der Renato Sanchez bei Barca. Spannend. Da sehen wir den Trincao, den er sich ihm wieder geliehen hat. Also mit Barca anscheinend auch eine ganz gute Connection und da immer wieder Spieler geholt. Ich bin ja so jemand, der sich irgendwie dagegen wehrt, so viel Geld für eine Leihe zu zahlen. Aber wenn sie es auszahlt, dann macht es schon Sinn, denke ich mal. Schauen wir mal auf seine Mannschaft. Sehr, sehr wenige Italiener. Das stört mich ehrlich gesagt schon ein bisschen. Wir sind vier Franzosen, was irgendwie auch Sinn macht, so ein bisschen, weil es ja doch relativ nah auch an Frankreich dran ist. Sardinien ja südlich von Corsica. Und dann sehen wir ein paar Südamerikaner. Einige Spanier noch dabei. Ein Amerikaner. Conrad de la Fuente. Bei Barca zu Beginn ist ja cool. Ein Bulgarier. Oh, Kirill Desbordov. Der ist noch immer bei ihm. Finde ich cool. Auch ein ehemaliger Sturm-Garts-Spieler. Der war nur ein halbes Jahr da und der war halt echt grandios, muss man ganz ehrlich sagen. Als Flügelspieler in einer richtig schlechten Saison von Sturm war der halt irgendwie so der Lichtblick, kann man sagen. Aber der war halt leider unmöglich zu halten. Ganz cooler Typ. Der Typ vom Alter her sehen wir, dass es für mich perfekt aussieht. Weil ich mag das einfach, wenn du da so viele Mitte 20 hast. Das ist einfach das beste Fußballalter für mich. Dann sehen wir von den Marktwerten her, ja, Trincao natürlich stark. Aber auch die beiden, die er hat, Menino und Alex Collado. Mit ganz guten Marktwerten. Die haben wir hier wieder ein paar Leihspieler. Also der Klub, hat man so das Gefühl, ist schon sehr von Leihspielern abhängig auch. Was aber eben echt schwierig ist, wenn man dann nicht viel Geld hat. Also ist schon eine ganz interessante Herausforderung. Schauen wir mal auf die Taktik. Wir sehen ein 4-2-3-1-System. Wir sehen dieses Mal zwei invasive Flügelspieler auf Attack. Das heißt, die sollen dann auch ordentlich nach vorne ziehen und den Angriff unterstützen. Ein Box-to-Box und ein OM. Das heißt, da würde ich mir jetzt, das erinnert mich so an meine taktischen Fehlschläge ein bisschen, weil es da eben so extrem eng wurde. Wenn die nach innen ziehen, dann hast du ein Box-to-Box, der da vorne noch mitmischt. Und die beiden, die das Zentrum halten, dann kann es hier vorne extrem eng werden. Den Außenverteidiger hat er auch noch für Attack. Das heißt, er hat vier Attack-Rollen, was für die Grundausrichtung ausgewogen relativ viel ist. Was sehen wir hier? Spiel von hinten raus. Hohes Tempo, kurzes Passspiel. Hinterlaufen an auf beiden Seiten. Und sehr aggressives Pressing. Aber nicht ganz so hoch. Das heißt, da ist er ein bisschen konservativer. Schauen wir jetzt mal Alessio Granio. Finde ich ganz cool, dass das ein Spieler ist, den er auch von Beginn weg hat. Der ist ja, wie wir hier sehen, seit 2014 im Klub. Also cool, dass er den hier noch behalten hat. Blizzari als Ersatzkeeper. Könnte man auch kennen. War der nicht bei... Okay, Milan anscheinend schon länger. Dann... Ich würde sagen, gehen wir einfach die einzelnen Positionen durch. Rechtsverteidiger Babetti ist geliehen. Ist jetzt nicht der offensivstärkste. Das heißt, Außenverteidiger auf Support passt bei ihm ganz gut. Links hinten haben wir Nuri. Der ist schon spannender. Den kann man durchaus die Flügelverteidiger-Rolle geben, weil er sehr gut flanken kann, gut dribbeln kann, sehr gutes Passspiel hat. Also das ist schon ganz cool. Guter Spieler auf jeden Fall. Er hat es eben so gelöst, dass er den auf Attack gestellt hat. Dann Innenverteidiger. Körperlich richtig gut. 14er Passwert. Das heißt, er kann auch sehr gut Ball spielen spielen. Genauso wie Akanji. Der beidbeinig ist. Deswegen würde ich Akanji eigentlich fast auf die linke Seite tun, weil Gabriel ist Rechtsfuß. Könnte man auch durchaus beide auf Ballspielen stellen, weil die beide einfach dafür die Anlagen haben und das zur Taktik passen würde. Dann Menino, zurückgezogener Spielmacher. Perfekt für die Rolle. Weil er auch Defensive richtig viel mitbringt. Dann sehen wir daneben den Nandes. Kann man auch nichts sagen. Also schnell ist er, schnell genug und genug Ausdauer, um diese Box-to-Box-Rolle zu meistern. Das ist ja der Spieler, den er von Manchester United zurückgeholt hat. Guter Abschluss. Gute Weitschüsse auch. Was für die Box-to-Box-Situation immer ganz gut ist. Dann sehen wir einen Kunku auf der 10. Sehr gute Technik, mental richtig gut unterwegs. Ist jetzt kein Spielmacher, das hat er auch erkannt. Deswegen hat er keine Spielmacher-Rolle. Dann sehen wir Konrad de la Fuente, der nach innen zieht, sehr schnelle Super-Tribbeln drauf hat. Und den Trincao ebenso. Also der ist halt Weltklasse, muss man sagen. Dass er den wieder leihen konnte, ist schon richtig stark. Sensationelle Fähigkeiten, gefällt mir super. Und vorne hat er den Brenner als Stoßstürmer. Schnell, guter Abschlusswert, guter Dribbler. Das passt auf jeden Fall ganz gut. Hat halt jetzt nicht diese Lufthoheit. Also es ist jetzt kein Lewandowski da vorne drin, der irgendwie auch das Körperliche mitbringt. Adria Bedrosa, Ersatz-Links-Verteidiger. Auch ein ganz guter Dribbling-Wert. Also auch der könnte durchaus, glaube ich, flügel-Verteidiger spielen, auch wenn die Flanken nicht so gut sind. Dann Belak Hociap. Sensationelle körperliche Werte. Auch der, gutes Passspiel für einen Innenverteidiger. Dann Anibal haben wir eh schon gesehen. Super Spielmacher-Typ. Den würde ich sogar auf der 10, ehrlich gesagt, cooler finden als auf der 8. Dann Espositor. Ja. Solider Backup. Nico. Der wechselt fest. Den holt er sich fix im Sommer. Der kann diese zurückgezogene Spielmacherrolle ganz ordentlich machen. Dann Alex Colado haben wir auch schon gesehen. Finde ich auch sehr, sehr stark. Der kann rechts auch gut nach innen ziehend Trincao ersetzen. Kann ich mir aber auch richtig gut auf der 10 vorstellen, weil der passend 15, Übersicht 16 hat. Da ist er deutlich stärker als ein Kunku. Oh, deutlich. Passend 14, Übersicht 16. Dann habe ich mich vorhin bei einem Kunku ein bisschen verschaut. Dann Renato Sanchez momentan geliehen vom Barca. Das heißt für mich sind da viele zentrale Mittelfeldspieler, um ehrlich zu sein. Aber da hat er noch einen. Marco Bresciani. Also, das wäre mir persönlich da jetzt ein bisschen zu viel. Desbodo hat er noch als Ersatz. Nach wie vor solide. Auch der richtig spannend hat. Wieder vom Barca geliehen. Da würde ich eher auf Colado setzen, der eben selber gehört. Dann haben wir Charles Abbey. Der ist deutlich größer, aber hat auch nicht so wirklich Sprunghöhe. Den könnte man aber durchaus auch als Stürmer Ersatz nehmen. Darius Sitz, den braucht halt kein Mensch. Den will er, glaube ich, auch nicht unbedingt behalten. Weiß nicht genau. Christensen von Salzburg. Aktuell Salzburg, den habe ich gar nicht mitbekommen, dass er sich den geholt hat. Sehr spannender Spieler. Dann Lukas und Mecher haben wir schon gesehen. Dann sehen wir Brandon Williams. Außenverteidiger. Manchester United wechselt auch fix zu Cagliari. Ja, sehr gut. Sehr, sehr schöner Rechtsverteidiger. Und dann haben wir hier noch Gavi. Den kann man links inverse spielen lassen. Auch ein ganz netter Spieler. Aber eben, was man hier sieht, sehr viele blaue Spieler. Also sehr viele geliehene Spieler. Was es dann für die Zukunft halt einfach ein bisschen schwierig machen könnte. Wie schaut es aus mit den Leihspielern? Wir sehen die violetten Leihspieler. Die hat er verliehen. Da sind schon ein paar ganz gute Talente dabei. Da muss er halt echt schauen, dass er die jetzt dann einbaut. Irgendwie so gut es geht. Der ist ja ein toller Torhüter. Gutes Talent. Also das sieht schon nicht so schlecht aus, was er da verliehen hat auch. Richtig viele Talente. Ich meine, da gehört mal echt mal aufgeräumt. Also ich würde mal echt vielleicht ab hier unten alles wegtun. Weil das sind viel zu viele Spieler, die er da hat. U20. Kommt noch ein bisschen was nach. Hat natürlich einiges verliehen. Aber der zum Beispiel ist interessant. Die sind interessant. U18. Ebenso. Also da kommt schon sehr viel Spannendes nach. Da sieht man halt auch die guten Einrichtungen und die gute Jugendarbeit. Schauen wir mal auf die Finanzen noch. Ja, da sehen wir wirklich viel Geld ist tatsächlich nicht drin, wie er gemeint hat. Also es gibt dann immer so am Anfang der Saison, würde ich mal schätzen, ein ordentliches Plus. Jedes Mal, wenn dann auch Champions League Geld ansteht und die TV Gelder ausgezahlt werden. Aber so wirklich viel Geld kommt dann nicht rein. Kartenverkauf 8,8 im Jahr. Diese Saison schon gestiegen. Fanartikel noch ein bisschen wenig. Das ist halt, da hat man halt den Nachteil, wenn du ein 19.000er Stadion hast und jetzt nicht so viele Fans wahrscheinlich wie Juve oder die beiden Meilen der Klubs zum Beispiel, dass da halt einfach deutlich weniger Geld reinkommt. Auch die Sponsoreinnahmen werden nicht so hoch sein. Das sind dann halt die Herausforderungen, die man mit Cagliari hat. Aber ich finde, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Safe. Es ist jetzt nicht so, dass du, keine Ahnung, Cagliari zum Champions League Sieger weiterentwickelt hast. Es ist auch eben, wie ich schon gesagt habe, nicht so, dass du einen Drittligisten nach oben gebracht hast. Aber es ist ein schöner, realistischer Safe, der, glaube ich, einfach viel Spaß macht. Und deswegen hoffentlich auch ganz gut bei euch ankommt. Vielen Dank an dich auf jeden Fall fürs Einschicken. Danke an alle anderen fürs Zuschauen. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Sonntag und hoffe, wir sehen uns morgen bei den Let's Plays wieder. Danke, bis bald. Ciao. Ciao. Vielen Dank.